Herzlich willkommen zu deinem Bauch- und Rückenkurs. Wir machen ein bisschen was für deine Rumpfmuskulatur. Das Ganze fangen wir im Sitzen an und du kommst bitte in den Sitz. Nimm die Füße vor dich. Wie soll man sich sonst hinsetzen, wenn man die Füße nicht vor sich nimmt. Mach dich mal rund und dann wippst du einfach nach vorne. Ganz locker. Einfach vorwippen. Einfach vor. 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 Mach dich rund. Einfach rund machen. Ganz locker. Jawohl. Also bei dem Training, was sich jetzt erwartet, erwarte dich ein bisschen, so ein kleines bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Brennen in der Bauchmuskulatur. So ganz bisschen halt. Bleib vorne und dann drehst du dich so ganz langsam ein. Jawohl. Einfach so ein bisschen die Rumpfmuskulatur auf die Bewegung und auch auf die Anspannung vorbereiten. Leichtes Eindrehen. Schieb die Schultern und die Arme vor. Jawohl. Eigentlich bleibt der Kopf die ganze Zeit gerade. Also die Nase nimmst du nicht mit. Wenn du die Nase mitnimmst, dann weiß ich, dass du den ganzen Körper mit eindrehst. Ich will einfach nur, dass du die Schulter nach vorne schiebst und dass so eine leichte Rumpfdrehung entsteht. Okay. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Zu beiden Händen. Äh, Füßen. Zu einem Fuß. Beide Hände zu einem Fuß. Jetzt haben wir es. Genau. So ist es richtig. Beide Füße. Beide Hände zu einem Fuß. Ja. Ist egal zu welchem, weil wir machen eh beide Füße. Also andere Seite. Komm. Ja, ja. Komm. Schön eindrehen. Jawohl. Vier, drei, zwei, eins und gut. Lösen. Du darfst dich gerne hinten abstützen. Nimmst beide Füße vorne mal zusammen. Und dann gehst du mal von einer Seite zur anderen. Ganz entspannt. Einfach mal so eine leichte Rotation im Rumpf erzeugen. Diesmal von der anderen Seite, nämlich von den Beinen aus. Einfach mal rechts, links. Jawohl. Wenn du magst und es ein bisschen schwerer willst, dann lässt du natürlich die Füße schweben. Einfach mal so die Füße schweben lassen. Mal rechts, links. Dann merkst du schon direkt deine schrägen Bauchmuskeln. Die sind so ein bisschen aktiver jetzt. Ja, das können die aber immer noch ab. Ist kein Problem. Ja, wenn du denkst, was macht der da? Ist alles noch zu leicht? Ja, das stimmt. Nimm doch mal bitte beide Hände hoch. Und dann wieder rechts, links. Ganz locker. Locker. Komm, ein bisschen schneller auch. Das geht auch. Jawohl. Und jetzt siehst du, der Kopf und die Schultern bleiben wieder ganz gerade. Also einfach nur rechts, links. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Nochmal. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und gut. Ein bisschen ausschütteln. Ja, wirklich, man darf das nicht unterschätzen. Die Bauchmuskulatur ist unser Stützkorsett für die Wirbelsäule. Und da kommen auch viele, viele Rückenschmerzen her. Nämlich aus mangelnder Bauchmuskulatur. Und aus dem Grund trainieren wir die. Beide Hände unter die Knie. Und dann einfach mal nach hinten ablegen. So ein bisschen mehr. Mach dich rund. Lass dann die Hände los. Äh, die Knie los. Nicht die Hände. Und dann gehst du so ein bisschen weiter. Schöne Bauchspannung. Und das ist das, was wir brauchen. Wenn du hier in der Mitte für ein richtig stabiles Korsett sorgst, dann kann die Wirbelsäule, dann kann dir eigentlich nichts passieren. Die Wirbelsäule wird dann dadurch richtig schön gehalten und stabilisiert. Und die Kraft verfolgt, die Kraftübertragung verfolgt über die Muskeln und nicht über die Bandscheiben und nicht über die Wirbel. Also schön Muskulatur anspannen. Einfach mal bleiben und dich mal mit der Spannung konfrontieren. Du musst nicht so tief gehen. Also du kannst es auch hier oben machen. Wir sitzen jetzt eh so ungefähr 45 Minuten in der Position. Von daher ist es egal, ob du hier vorne anfängst oder hinten. Ist völlig wurscht. So, da ich ja jetzt schon gesagt habe, dass das jetzt 45 Minuten so dauert, müssen wir uns so ein bisschen was einfallen lassen, damit es nicht so langweilig wird, gell? Komm. Anstatt Däumchen drehen war gestern. Heute machen wir Hand drehen. Und du merkst, durch dieses kleine Drehen entstehen so kleine Vibrationen in deinem Körper und das ist ziemlich gemein, gell? Genau. Guck mal, ob es in die andere Richtung auch so ist. Oh ja, leider auch so. Okay. Also zehnmal zu dir. Kannst du ein bisschen Luft zufächeln. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Andersrum. Zehn, neun, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Guck mal, ob du oben mehr Luft kriegst. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, andersrum. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Stopp. Ist gut, gell? Okay. Komm langsam vor. Das ist super. Ja, jetzt bist du so ganz harmlos aufgewärmt worden. Jetzt können wir so langsam anfangen, gell? Jetzt wird das von Übung zu Übung immer ein bisschen gemeiner. Aber ist ja nicht schlimm, dafür machen wir das ja. Beide Beine ein bisschen breiter. Okay, halte dich wieder fest. Egal wo, weil du gehst jetzt eh langsam zurück. Ja. Komm, 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 komm zurück, komm. Trau dich, trau dich. Du gehst dahin, wo du was merkst. Wenn du den Punkt hast, wo du was merkst, gehst du noch ein Stück tiefer. Bist du da angekommen, wo du mehr merkst, gehst du noch ein Stück tiefer. Solltest du angekommen sein, da wo du ganz viel merkst, da bleibst du. Ja. Also du musst nicht, wie gesagt, du kannst doch hier oben bleiben. Ist kein Problem. Okay? Wir sind gleich fertig damit. Dauert nicht mehr lang. Wie gesagt, noch 40 Minuten ungefähr. Okay, schön halten. Jetzt möchte ich dir so ein bisschen Physik beibringen. Mach mal so. Nur eine Seite erst mal. Okay? Merkst du schön, geh? Spannung und Veränderung. Super. Andere Seite. Super, geh? Okay. Jetzt machen wir diesen Spannungswechsel ein bisschen schneller an. Dann haben wir auch ein bisschen was davon. Tapp. 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 Ist gemein, geh? Ja. Komm. Vier noch. Drei. Zwei. Eins. Stopp. Achtung. Spannungsveränderung. Spannungsveränderung. Ist gemein, geh? Ich weiß. Und lösen. Bisschen ausschütteln. Aufstellen. Ausschütteln. Okay. Lass uns im Liegen weitermachen. Dann wirst du aber ganz schnell merken, es wird dir auch nicht gefallen. Ist ganz einfach. Also Bauchtraining gefällt eigentlich nie jemandem, weil entweder tut einem das Becken und die Hüfte weh oder das Genick oder die Ellenbogen oder der Rücken. Also irgendwas tut immer weh. Okay? Also von daher wundere dich nicht. Das ist einfach so. Bauchtraining ist eigentlich immer eine schmerzhafte Angelegenheit. Beide Hände vor. Roll dich mal zusammen. Halt. Halte diese Spannung. Roll dich richtig schön zusammen und halte diese Spannung. Okay. Jetzt lass uns erstmal so ein bisschen mit den Beinen arbeiten. Schubs mal die Füße neben die Matte und ein bisschen weiter weg. Und dann kommst du wieder ein bisschen hoch. Also nimm die Füße richtig schön breit, weil dann haben wir den gesamten Bauch im Eingriff. Okay? Jetzt wippst du vor. 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 Jawohl. Vor. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. 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 Eine Hand hoch. Super. Es geht jetzt zur Decke. Okay? Hoch. 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 Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. 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 Beide Hände. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Bleib oben. Komm. Zieh den Bauch ein. Wir wippen. Komm. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Ausschütteln. Kräftig schütteln. Okay. Nochmal. Komm hoch. Komm hoch. Komm hoch. Komm hoch. Wir machen es ein bisschen schwerer. Wenn du magst, nimmst du jetzt einfach die Beine hoch und ziehst die Knie zu den Ellenbogen. Zieh. 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 Wenn du magst, wenn du das kannst und das für dich okay ist, dann mach das so. Wenn du merkst, das ist dir zu schwer, schiebst du dich einfach wieder hoch. Okay. Wie du willst. Komm. 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 Ein bisschen schneller. Auf. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Jetzt machst du beides. Komm. 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 Schieb dich hoch und zieh. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und gut. Und lösen. Bisschen ausschütteln. Du kannst mal ein Bein über das andere legen. Über das Knie. Jawohl. Dann legst du den gleichen Arm raus. Den gleichen Arm raus. Den anderen Arm kannst du hinter den Kopf nehmen. Okay. Und dann bringst du diagonal den Ellenbogen zum Knie. Komm. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Komm. Vier. Drei. Zwei. Eins. Bleib oben. Streck den Arm aus. Und jetzt geh in diese Richtung. Hoch. 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 Vier. Drei. Zwei. Eins. Bleib. Bleib so. Bleib bitte genau so. Und nimm jetzt nur den Arm nach hinten. Boah. Das ist schwer. Halten. Bleib so. Das ist schwer. Es hat keiner gesagt, dass es leicht ist. Super. Komm. Zieh wieder vor. Schieb dich nochmal vor. Bleib da. Bleib genau da. Nimm den Arm wieder zurück. Nicht eindrehen. Hallo. Nicht eindrehen. Du bleibst genau da. Und jetzt nimmst du nur den Arm zurück. Ja. Das ist schwer. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Komm vor. Nochmal acht Stück nach vorne. Komm, jetzt wird's gemein. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und gut. Und lösen. Komm, andere Seite. Komm, andere Seite. Direkt. Arm raus. Bein raus. Hand hinter den Kopf. Und dann zieh diagonal hoch. Tief 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 hoch. Bleib oben. Komm. Hand raus. Schieb dich in diese Richtung. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Bleib da. Bleib oben. Nimm den Arm nach hinten. Bleib oben. Atmen. Atmen. Komm. Halten. Einfach nur halten. Bleib oben und halten. Das ist super gemein. Acht. Sieben. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Hand wieder nach vorne. Und push dich in diese Richtung. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Bleib oben. Und zieh dich wieder auf. Komm. Puh. Komm, 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 komm. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Komm. Wieder vor. Und push dich. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und gut. Lösen. Ausschütteln. Okay. Ich hätte gerne einmal eine Übung für die gesamte Bauchmuskulatur von ganz oben nach ganz unten. Das kriegt man hin, indem man beide Beine ausstreckt und zu einem V macht. Also beide Beine auseinander, zu einem V die Zehenspitzen weg, dann die Arme nach oben weg. Okay. Und wenn du es wirklich schwer willst, dann siehst du aus von oben wie ein X. Okay. Zehenspitzen weg, Hände weg, du siehst aus wie ein X. Und dann kommst du mit diesem X nach oben. Also erst nur mit dem Oberkörper. Also richtig schön die Schulterblätter lösen. Und so bleiben. Okay. Jetzt die Arme nach hinten. Komm. Komm. Bleib oben. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Bleib. Okay. Wenn du kannst, löst du mal ein Bein vom Boden. Konzentrier dich drauf. Okay. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Bein. Wechseln. Komm. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Wenn du kannst. Beide. Komm. Das ist schwer. Das ist schwer. Das ist schwer. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und ab. Das ist extrem schwer, weil du wirklich den unteren Rücken extrem stabilisieren musst. Es ist keine Schande, wenn du das nicht hingekriegt hast. Also das ist wirklich sehr, sehr schwer. Okay. Weil es so schwer ist, üben wir es nochmal. Los. Komm. Großes X machen. Mach ein X aus dir. Okay. Drück die Zehenspitzen weg. Und dann komm im Oberkörper hoch. Komm hoch. Komm hoch. Richtig schön die Schulterblätter lösen. Die Arme schön aufspannen. Super. Wenn du magst, kommen wir jetzt ein paar Mal hoch. Okay. Hoch. 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 Vier. Drei. Zwei. Eins. Bleib oben. Und löse ein Bein. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. And das Bein. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Beide Beine hoch. Stabilisier richtig schön die Körpermitte. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Wir machen nochmal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Die letzten. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und ab. Lösen. Ja, ich habe ja gesagt, das ist nicht leicht. Das ist echt schwer. Es ist heute vom Kreislauf her gar nicht so anstrengend. Also wir machen nicht so viel Hektisches, aber dafür haben wir viel Muskelintensives. Okay, noch was Muskelintensives. Zum einen ist es sehr schön für die Wirbelsäule und zum anderen sehr effektiv für den Bauch. Zieh dich mal zusammen, bitte. Roll dich mal richtig zusammen. Wenn du das machst, dann ziehst du richtig schön die Wirbelsäule in einem schönen Bogen, sodass sie sich mal ein bisschen entfalten kann. Die Bandscheiben können sich wieder entfalten. Zieh dich richtig zusammen. Okay. Das klappt ganz gut. Vier. Drei. Zwei. Beide Hände weg. Und du nimmst beide Hände nach vorne. Dabei spannt sich jetzt dein Bauch an. Deine Wirbelsäule ist schön rund aufgezogen und dein Bauch ist schön angespannt. Wenn du es ein bisschen schwerer willst, nimmst du die Beine ein bisschen höher. Okay. Die Hände Richtung Beine und jetzt gehst du nach oben. Hoch. 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 Du kannst das so gestalten, wie du das willst. Also du kannst auch die Beine unten lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Wie du magst. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nochmal. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und langsam ab. Und komm. Ausschütteln. Kräftig schütteln. Dreh dich einmal um. Leg dich auf den Bauch. Wir machen mal so ganz gemeine, harmlose Übungen. Ja. Also das Gemeine an diesen harmlosen Übungen ist halt, dass sie harmlos aussehen, aber sehr gemein sich anfühlen. Okay. Es ist ganz einfach. Du bleibst bitte einfach mal entspannt hier oben liegen. Schön gerade. Und dann löst du mal bitte ein Bein komplett vom Boden. Inklusive der Hüfte. Nicht ganz so hoch. Also nicht das ganze Bein so hoch, sondern wirklich eher nur die Hüfte lösen und halten. Okay. Jetzt drehst du dich mal so ein bisschen ein. Auf das andere, auf das andere, auf die andere Hüfte. Jawohl. Auf das andere Bein. Einfach nur halten. Das reicht schon. Nur das Bein hoch. Und halten. Einfach nur auf das eine Bein rollen. Und das andere ist komplett frei jetzt. Okay. Und dann, wenn du das hast, dann nimmst du das Bein so ein bisschen raus. Nach außen. Nach außen. Nach außen. So kurz über dem Boden. Also ich liege jetzt auf dem kompletten rechten Bein. Auf der kompletten rechten Hüfte. Und das linke Bein schwebt komplett. Und es geht jetzt so ein bisschen raus. Und lösen. Okay. Nochmal. Andere Seite. Hebe das rechte Bein oder das Bein, was du noch nicht gemacht hast. Dreh dich so ein bisschen auf das andere Bein. Also ganz leicht, dass der Bauch sich so leicht löst. Gar nicht so weit, sondern das alles so kurz über dem Boden schwebt. Dann wird es schwerer. Ja genau. Da einfach halten. Tief und ruhig atmen. Und jetzt das Bein nach außen nehmen. Einfach nach außen schieben. Und dort halten. Kurz über dem Boden. Und atmen. Nicht vergessen. Wenn du den Fuß noch nach außen drehst, wird es noch ein bisschen lustiger. und lösen. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Ein bisschen ausschütteln. Ganz locker. Okay, andere Seite. Komm bitte auf die Seite. Löse das Bein wieder. Nimm das Bein zur Seite raus. Jetzt wird es ein bisschen schwerer. Also du liegst komplett auf der einen Seite. Dass die andere Seite schwebt. Das Bein kommt raus. Und jetzt machen wir es ein bisschen schwerer, weil das Bein wird jetzt angewinkelt und schwebt dann da. Okay. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei ist gut. Andere Seite. Also kuller dich auf die eine Seite. So ein bisschen. Dann löse das andere Bein. Okay. Dann kommt das Bein raus. Kurz über den Boden. Und dann nimmst du das Bein im rechten Winkel hoch. Hoch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und gut. Puh. Okay. Komm langsam hoch. Komm einmal langsam hoch. Ein bisschen den Popo ausschütteln. Ganz locker. Ja, das sind so gemeine Übungen. Die sehen so leicht aus. Aber wenn man sie richtig macht, sind sie nicht leicht. Komm mal bitte mit den Beinen ein bisschen zurück. Mit den Armen ein bisschen nach vorne. Dann machst du dich so halb rund. Und drückst das Becken zum Boden. Und dann streck mal bitte den Bauch raus. Dass man mal den Bauch von innen nach außen dehnt. Komm wieder zurück. Ganz zurück. Ein bisschen ausschütteln. Ganz locker. Und locker. Ja. Ich hoffe, du hast so ein bisschen was gemerkt in deiner Muskulatur. Und ich hoffe, dir geht es jetzt gut. Und wenn du gleich aufstehst, guck einfach mal, wie es dir geht. Und vor allen Dingen, bitte, tu mir einen Gefallen, iss ein bisschen mehr Eiweiß. Weil du hast jetzt deine Muskeln trainiert. Die wollen, um kräftiger und stärker zu werden, brauchen die Eiweiß. Deswegen bitte versuch, ein bisschen mehr Eiweiß zu dir zu nehmen. Und wenn du Rückenschmerzen hast, versuch ein bisschen mehr zu trinken. Das wäre super. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.